Mein Name ist Nikolas Fitz und ich bin Geschäftsführer und Bildungsberater der Coach- und Trainerakademie Schweiz. Im Fachlehrgang Diplom-Systemischer Spiritueller Coach und Achtsamkeitstrainer, Trainerin vertiefen Sie die fünfte Dimension des St. Gala-Coaching-Modells. Die Ausrichtung des Fachlehrgangs ist interreligiös. Es geht dabei darum, Klient-Klientin mit dem Hören zu verbinden, um im besten Falle dadurch Lösung und Entwicklung herbeizuführen. Des Weiteren lernen Sie verschiedenste Achtsamkeitsübungen, welche für den Klient-Klientin im Alltag sehr hilfreich und stärkend sein können. Sollten Sie Fragen zu diesem Fachlehrgang haben, so stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung und freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Mein Name ist Nikolas Fitz und ich bin Geschäftsführer und Bildungsberater der Coach- und Trainerakademie Schweiz. Im Fachlehrgang Diplom-Systemischer Business & Management Coach lernen Sie verschiedenste kurze Coaching-Prozesse, welche klassisch im Kontext Coaching in und für Unternehmen und Organisationen eingesetzt werden. Das sind zum Beispiel Prozesse, um Motivation zu steigern, Hürden und Blockaden zu lösen und die Coaches in einen State von voller Motivation und Ausrichtung auf Erfolg und Freude versetzen. Der Business & Management Coach befähigt Sie, verschiedenste Coaching-Prozesse anzubieten, die Ihnen Coachings von einem Umfang von 30 Minuten bis zu 4 Stunden ermöglichen. Sollten Sie Fragen zu diesem Fachlehrgang haben, so stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung und freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Mein Name ist Nikolas Fitz und ich bin Geschäftsführer und Bildungsberater der Coach- und Trainerakademie Schweiz. Das Curriculum unserer Fachausbildung zum Systemischen Trainer und Erwachsenenbildnerin beinhaltet die drei Fachlehrgänge, Systemische Team-Coach und Trainerin, Systemische Trainer-Trainerin und Systemische Leadership-Coach und Trainer-Trainerin. Voraussetzung ist das St. Gala-Coaching-Modell und somit der Basislehrgang Diplom-Systemische Coach und Beraterin. Im Leadership-Coach und Trainerin werden Sie lernen, wie Führungsidentität entwickelt und nachhaltig integriert werden kann. Des Weiteren beinhaltet der Leadership-Coach und Trainerin verschiedenste Trainer-Tools, die im Umgang mit Gruppen im Rahmen der Durchführung von Seminaren wichtig und wertvoll sind. Im Fachlehrgang Trainerin werden Sie weitere vertiefende Trainer-Tools lernen und auch ganz konkret, wie Seminare entwickelt und umgesetzt werden. Abgerundet wird dieses spannende Curriculum durch den Fachlehrgang Team-Coach und Trainerin, welcher Sie befähigt, Teams nachhaltig und wertorientiert zu entwickeln. Im Fachlehrgang Team-Coach und Trainerin lernen Sie weitere nützliche Trainer-Tools und auch verschiedenste Spiele, um Teambuilding und Entwicklung professionell begleiten zu können. Auch diese Fachausbildung ermöglicht Ihnen äusserste Flexibilität. Das bedeutet, Sie können die Reihenfolge der drei Fachlehrgänge selber bestimmen. Sie können die Ausbildung aufteilen, entweder die Wochen aufteilen oder zum Beispiel auch einen Teil mit Wochenendausbildung besuchen und einen anderen Teil im Blog. Des Weiteren ermöglicht diese Fachausbildung die ISO 17024 Zertifizierung. Sollten Sie Fragen zu dieser Fachausbildung haben, so stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung und freue mich auf unser Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo, mein Name ist Nikolas Fitz und ich bin Geschäftsführer und Bildungsberater der Coach- und Trainerakademie Schweiz. Der Fachlehrgang Systemischer Trainer der Trainer hat die Ausrichtung, dass unsere Teilnehmenden einerseits ein eigenes Seminarkonzept entwickeln und auf der anderen Seite viele nützliche Trainertools, Techniken und Formate lernen werden. In diesem äusserst praxisorientierten und sehr spannenden Fachlehrgang werden Sie nach dem Abschluss ein stringentes und klar anwendbares Seminarkonzept entwickelt haben und zudem viele weitere vertiefende Trainer-Skills angeeignet haben. Dazu werden Sie von der Dozentin bzw. vom Dozenten während der Ausbildung betreut und begleitet. Des Weiteren enthält dieser Lehrgang verschiedenste Techniken und Tools, welche Sie als Dozent, Trainer und auch als Coach in Ihrer täglichen Arbeit einsetzen können. Inhalte sind unter anderem das Erstellen von Flipcharts. Was ist dabei zu beachten? Trainertools wie zum Beispiel der Umgang mit Gruppen an sich, der Einsatz von Humor und vielen weiteren Feinheiten und Techniken, welche einen Profi ausmachen. Nach Ende der Ausbildung haben Sie ein fixfertiges Konzept zur Hand, das bis ins Detail ausgearbeitet ist. Das bedeutet sogar einen ganz klaren Zeitlernablauf Ihres Seminares. Das beinhaltet zudem die Flipcharts, die Ausschreibung und was noch alles benötigt wird, sodass Sie direkt nach dem Lehrgang Ihr eigenes Seminar anbieten können. Des Weiteren gehört der Fachlehrgang Trände Trainerin zu unserer Fachausbildung Diplom-Systemische Trainerin und Erwachsenbildnerin. Sollten Sie Fragen zu diesem Fachlehrgang haben, so stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung und freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Hallo, mein Name ist Nikolaus Fitz und ich bin Geschäftsführer und Bildungsberater der Coach- und Trainer Akademie Schweiz. Heute stelle ich den Master of Business Coaching and Training vor. Diese Fachausbildung setzt sich aus vier einzelnen Lehrgängen zusammen. Das Curriculum enthält als erstes den Basislehrgang Diplom-Systemischer Coach und Berater, Beraterin. Darauf dann aufbauend die zwei Fachlehrgänge Business Management Coach und Team Coach und Trainer, Trainerin. Und dann folgend auf diese zwei Fachlehrgänge unser Master of Coaching. Der Master of Business Coaching and Training befähigt unsere Absolventinnen und Absolventen, nach dem Lehrgang Einzelpersonen im Business Management Kontext zu coachen, aber auch ganze Teams nachhaltig und wertorientiert zu entwickeln. Das Curriculum beginnt mit dem Basislehrgang Diplom-Systemischer Coach und Berater, Beraterin. Im Basislehrgang lernen Sie das St. Gala Coaching Modell. Ein dreifach wissenschaftlich validierter und nachhaltiger Coaching Prozess. Das St. Gala Coaching Modell ist aufgrund seiner Struktur und Vorgehensweise auch bereits für Anfänger leicht anzuwenden und ermöglicht Ihnen nachhaltige und erfolgreiche Coachings. Durch den Fachlehrgang Business Management Coach werden Sie befähigt, Einzelpersonen in Kurzzeit- und sogar Ultra-Kurzzeit-Coaching-Prozessen zu begleiten. Der Business Management Coach befähigt Sie, verschiedenste Coaching-Prozesse anzubieten, die Ihnen Coachings von einem Umfang von 30 Minuten bis zu 4 Stunden ermöglichen. Im Fachlehrgang Business Management Coach lernen Sie, immer wiederkehrende Coaching-Themen zu begleiten. Dies sind unter anderem Entscheidungen zu fällen, Hürden und Blockaden zu lösen oder auch Menschen in den State von voller Motivation und Begeisterung zu bringen. In unserem Fachlehrgang Systemischer Team Coach und Trainer, Trainerin lernen Sie den St. Gala Teamentwicklungsprozess, kurz gesagt Step. Dieser stringente Coaching-Prozess, welcher selbstverständlich wertorientiert ist und systemisch, befähigt Sie, Teams nachhaltig zu entwickeln und das mit sehr wenig Vorbereitungszeit und einem nachhaltigen, stark wirksamen Prozess. Des Weiteren beinhaltet die Ausbildung klassischerweise verschiedenste Spiele, um Teams auch mit Freude zu begleiten und die Zusammengehörigkeit ausgehend eines gemeinsamen zentralen Wertes nachhaltig zu vertiefen. Der vierte Teil des Curriculums zum Master of Business Coaching & Training ist der Master of Coaching. Im Master of Coaching lernen Sie viele weitere vertiefende Coaching-Prozesse. Einfach gesagt ist der Masterlehrgang von seinen Prozessen her gesehen breit und tief. Sie lernen stringente Coaching-Prozesse, systemisch ausgerichtet und wertorientiert, unter anderem zu den Themen Geld, Beziehungen, Macht, Burnout-Präventionscoaching, das Konzept von Zeit und der Umgang mit Zeit bzw. auch Stress. Der Diplom-Systemische Master of Coaching beinhaltet zudem die Arbeit an der eigenen Coach-Identität und Persönlichkeit. Ihre Flexibilität ermöglicht sogar, dass Sie Teile der Ausbildung modular, also in Wochenendmodulen besuchen können und andere Teile in der Blockausbildung besuchen können. Das Curriculum des Diplom-Systemischen Master of Business Coaching & Training ermöglicht Ihnen zudem die ISO 17024-Zertifizierung. Die Anforderungen der ISO 17024-Zertifizierung werden durch den Master of Business Coaching & Training bei weitem übertroffen und daher können Sie nach Abschluss dieser Ausbildung und Erfüllung weiterer Voraussetzungen die ISO-Zertifizierung in Angriff nehmen. Der modulare Aufbau unserer Ausbildungen und im Speziellen vom Master of Business Coaching & Training ist fundiert, umfangreich und komplex. Sollten Sie Fragen haben, so freue ich mich sehr, Sie beraten zu dürfen. Mein Name ist Nikolas Fitz und ich bin Geschäftsführer und Bildungsberater der Coach & Trainer Akademie. Heute stelle ich den Master of Health Coaching & Training vor. Dieses äusserst fundierte und umfangreiche Curriculum ermöglicht unseren Absolventinnen und Absolventen, nachhaltig, stringent und systemisch Gesundheitsthemen zu begleiten und Menschen in die Resilienz zu bringen. Das Curriculum beginnt mit dem Basislehrgang Diplom-Systemischer Coach und Berater-Beraterin. Im Basislehrgang lernen Sie das St. Gala Coaching-Modell, ein dreifach wissenschaftlich validierter und nachhaltiger Coaching-Prozess. Das St. Gala Coaching-Modell ist aufgrund seiner Struktur und Vorgehensweise auch bereits für Anfänger leicht anzuwenden und ermöglicht Ihnen nachhaltige und erfolgreiche Coachings. Darauf aufbauend lernen Sie im Fachlehrgang Systemischer Aufsteller-Coach, das systemische Wissen nachhaltig und fundiert zu vertiefen. Denn aus unserer Sicht hängen Gesundheitsthemen im Speziellen auch systemisch gesehen mit der Ursprungsfamilie und unserer Ahnenlinie zusammen. Im Systemischen Aufsteller-Coach lernen Sie daher verschiedenste systemische Regeln, systemische Verletzungen und wie diese aufzulösen sind, sodass ein Klient gesund werden kann. Im Systemischen Aufsteller-Coach lernen Sie das St. Gala Aufstellungsmodell und können dadurch verschiedenste Aufstellungsformate anwenden, unter anderem auch für Teamentwicklung, für das Familienstellen und auf den Gesundheits-Coach und Resilienztrainer bezogen Symptomaufstellungen. Weiterer Teil des Master of Health Coaching und Resilienztrainer ist der Fachlehrgang Diplom-Systemischer Gesundheits-Coach und Resilienztrainer, Trainerin. Im Gesundheits-Coach lernen Sie, systemische Zusammenhänge aufzudecken, welche mit den Symptomen Ihrer Klienten zusammenhängen. Des Weiteren lernen Sie zehn Resilienzübungen, welche Sie Ihren Kunden, Ihren Klienten, Klientinnen aneignen können, sodass Ihre Klienten nach dem Coaching selber an der eigenen Resilienz weiterarbeiten können. Um noch resilienter zu werden gegenüber Stress, Druck und den vielen heutigen Themen, die uns Menschen im Berufsleben und auch im privaten Leben begegnen. Im Gesundheits-Coach und Resilienztrainerin Fachlehrgang arbeiten wir zudem mit hypnosystemischem Coaching nach Dr. Milton Erickson. Das ist auch einer von mehreren Gründen, warum in dieses Curriculum der Master of Coaching aufgenommen wurde. Denn im Master of Coaching werden Sie die Grundausbildung im hypnosystemischen Coaching absolvieren. Der vierte Teil des Curriculums zum Diplom-Systemischen Master of Health Coaching und Resilienztraining bildet der Lehrgang Master of Coaching. Der Master of Coaching enthält verschiedenste Schwerpunkte, unter anderem zu den Themen Beziehungen. Des Weiteren ist die Grundausbildung im hypnosystemischen Coaching nach Dr. Milton Erickson enthalten. Auch lernen Sie weitere Themen zu Karriere, Erfolg und Burnout-Präventionscoaching. Im Diplom-Systemischen Master of Coaching arbeiten unsere Teilnehmenden auch an der eigenen Coach- und Trainerpersönlichkeit. Dies gilt grundsätzlich für alle unsere Ausbildungen, ist aber im Master of Coaching ganz bewusst ein Schwerpunkt. Die Fachausbildung zum Master of Health Coaching und Resilienztrainer befähigt unsere Absolventinnen und Absolventen, für ihre Klienten eine ausgewogene Work-Life-Balance zu erreichen. Wie bei unseren anderen Curricula ist es auch im Master of Health Coaching und Resilienztraining für Sie möglich, diese umfangreiche Fachausbildung aufzuteilen. Das heißt zum Beispiel, dass Sie den Master of Coaching aufteilen, zum Beispiel eine Woche in diesem Jahr und die zwei weiteren Wochen im nächsten Jahr. Eine große Besonderheit an der Coach- und Trainerakademie Schweiz ist Ihre Möglichkeit, sich nach ISO 17024 international zertifizieren zu lassen. Der Master of Health Coaching und Resilienztrainer, Trainerin befähigt Sie zu dieser Zertifizierung. Wir fragen zu dieser Ausbildung, wenn Sie sich bitte an das Office und ich freue mich sehr, Sie beraten zu dürfen. ! ! ! ! ! !! !